Liebe Landwirtinnen, lieber Landwirt, mein Name ist Gerhard Gebessuber, ich bin Berater der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Mein Name ist Christoph Ömer, ich bin Berater bei der Bodenwasserschutzberatung und wir befinden uns hier im Bezirk Kirchdorf auf einem Zwischenfruchtfeld, wo in Kürze Mais angeseht werden soll. In diesem Beitrag geht es heute um die Maisdüngung. Seit beinahe zwei Jahrzehnten bietet die Bodenwasserschutzberatung, den sogenannten Nitratinformationsdienst, für die Düngerempfehlung zu Mais, mittlerweile aber auch zur Andüngung von Getreide, für die Bauern an. Über den NID erhält der Landwirt auf der Tron 1 Platte eine Empfehlung über die Stickstoffdüngerhöhe bei Mais. Dies geschieht auf Basis von Bodenuntersuchungen, sogenannten NMIN-Ziehungen auf Referenzstandorten. Bei der Analyse wird der pflanzenverfügbare mineralische Stickstoff des durchwurzelbaren Bodenraumes bis zu einer Tiefe von 90 cm festgestellt. Der gemessene Stickstoff wird anschließend von dem sogenannten Sollwert abgezogen und man erhält so die empfohlene Düngerhöhe. Gesetzliche Vorgaben müssen jedenfalls eingehalten werden. Im heurigen Jahr fanden die Bodenprobenziehungen zwischen 14. und 18. März statt. Analysiert wurden die Bodenproben von 43 Referenzflächen. Gemäß Nitratinformationsdienst ergeben sich in folgenden Fällen Einsparungsmöglichkeiten bei der Stickstoffdüngung. Nach Vorfruchtraps können bis zu 70 kg, Stickstoff bei Wintergerste 40 kg, bei allen anderen Kulturen bis zu 20 kg eingespart werden. Für Betriebe mit Teilnahme an der Öpolmaßnahme Grundwasserschutz auf Ackerflächen ergibt sich eine Einsparungsmöglichkeit nach Vorfruchtraps von 50 kg, bei Gerste von 20 kg Stickstoff. Aufgrund der niedrigen Minenwerte im Bezirk Kirchdorf wird hier die reduzierte Düngung nur bei Betrieben, die nach SGD Düngen bei Vorfruchtraps und Wintergerste empfohlen. Die Vorschriften zur Gabenteilung sind beim Mais besonders zu beachten. Auch eignet sich der Einsatz von Wirtschaftsdünger hervorragend. Die Ausbringung von Wirtschaftsdünger, sowohl Gülle als auch bei Mist, sollte unmittelbar oder möglichst zeitnah dem Anbau erfolgen und die Einarbeitung unmittelbar stattfinden. Die Düngempfehlungen nach Nitratinformationsdienst, kurz NED, finden Sie auf der Homepage der Bodenwasserschutzberatung und auf LK Online. Für die bevorstehende Maussaison wünschen wir Ihnen viel Erfolg.